ÖVP und Grüne haben tatenlos dabei zugesehen, wie immer mehr Menschen aufgrund der massiven Teuerung in die Armut getrieben wurden. Gerade in Tirol, wo die Lebenserhaltungskosten am höchsten und die Löhne am niedrigsten sind, trifft es viele Menschen besonders hart. Hart arbeitende Menschen, die ihr Leben lang Steuern bezahlt haben, wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Da die Preise in absehbarer Zeit nicht sinken werden, braucht die Bevölkerung keine Einmalzahlungen, sondern eine dauerhafte Entlastung. Deshalb fordern wir unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Treibstoff und Energie, eine automatische Indexierung von Sozialleistungen, die Abschaffung der kalten Progression, sowie einen Preisdeckel für Güter des täglichen Bedarfs. Nur so können wir gemeinsam die Teuerungswelle überwinden.